Das Aquapure ist ein multifunktionelles Gerät. Das bedeutet, hiermit können Sie nicht nur die Tiefenreinigung durchführen, sondern auch Wirkstoffe einschleusen. In der ersten Bildung befindet sich die 15-prozentige Fruchtgörner. Damit nehmen Sie die oberste Hautschicht ab und die Zellen werden angeregt, sich neu zu bilden. Narben, Zähnchen und auch Pigmentflecken werden vermindert. Das Vakuum variieren Sie hier. Die Flüssigkeitszufuhr wird an dem Handstück eingestellt. In der zweiten Lösung befindet sich die Salicylsäure. Damit führen Sie die Tiefenreinigung durch. In diesem Behälter ist alles ersichtlich, was Sie an Hautunreinheiten aus der Haut hinaussaugen. Das Ionenlifting ist ein Anti-Aging-Aufsatz. Mit den positiv und negativ geladenen Ionen stimulieren Sie die Muskeln. Mit dem Cooling und Heating-Aufsatz haben Sie die Möglichkeit, vor der Behandlung die Poren zu öffnen und nach der Behandlung die Poren zusammenzuschließen. Sie haben die Möglichkeit, eine Lymphdrainage durchzuführen, damit alles an Gift und Schlagstoffen abtransportiert werden kann. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.